Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei The Skate 3. Wir befinden uns immer noch in diesem wunderschönen kleinen Zirkus und ich habe gerade entdeckt hier sind irgendwelche Hände am Start. Die habe ich ja gar nicht gesehen letztes Mal. Die laufen hier so rum, aber ich glaube man kann leider nichts mit denen machen. Naja, wir müssen uns hier auf jeden Fall mal noch ein bisschen umsehen in diesem Zirkus, denn hier gibt es noch so ein paar Bereiche, die haben wir noch nicht erkundet. Einmal zum Beispiel den Bereich hier. Den werden wir erst mal knacken. Sieht mir nach einem kleinen Friedhof aus. Let's go. Astarion, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich. Den brauchen wir eigentlich nicht für eine 10. Ich bin ja so schön genug, aber wir dürfen nicht gerne 1 verwirren. Das wird so nix. Danke. So, was haben wir denn hier schönes? Stimmt irgendwas zum Schaufeln, oder? Hier so in dem Bereich? Komm, ich weiß es. Schade. Und da haben wir ein ausgehobenes Grab. Oh, hier haben wir Kekse. Vielleicht ich brauche mehr Pockets. Äh, ja. Keine Ahnung, gib mal her die Kekse. Palsam. Sollen wir was in dem Grab machen? Gib mir jetzt nicht da raus. Hier runter. Oh Gott, können wir glaube ich auch nicht. Oh, warte, was steht denn hier drauf bei dem Grab? Wo die Kekse drauf waren? Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Okay. Millie Runbarrel, killed by the cult of the absolute. May our martyred father shelter her. Den haben wir hier. B. Gardenson gave her life protecting fellow refugees. May the one who endures shelter her. Geschan Kerkoros built the open hand temple gave all in his name. We honor their life and legacy. Und das letzte. Nalo Essie. Grief and Illness laid ruin, yet her heart held only compassion. The broken God bewilded her. Hier haben wir noch eine Schaufel, aber an dem Grab können wir nichts machen, ja. Gut, hier werden auch noch ein paar Gräber. So. Keine Ahnung. Kann ich hier einfach mal so graben, so fast verfangen? Wäre das eine Möglichkeit eigentlich? Ähm. Nothing interesting buried here. Gut. Dann nicht. Äh. Heilender Trank. Eine Holztruhe. Wir gehen auch mal ein bisschen gucken, was wir hier schönes haben. So. Nehmen wir mal mit. Rein den Trank. Nehmen wir auch mit. Hier haben wir nichts. Hier würden wir reinkommen. Dürfen wir aber nicht. Okay. Warum nicht? Was ist denn das hier? Können wir hier mal reinschauen? Oh. Oh. Die heilige Mutter Maria. Gottes. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Okay. Das merken wir uns mal. Wir könnten allerdings ja auch hier rein. Das war aber nicht verboten, glaube ich. Aber wir kommen da nicht runter sonst, ne? Vielleicht schon, aber wir schauen. Wir gehen erstmal durch den offiziellen Eingang. Wir schauen mal, was uns da erwartet. Ich würde immer noch gern wissen, wie man den Hauptpreis gewinnt bei dem Kollegen. Was war eigentlich mit ihm jetzt? Wir könnten ja ihn auch frei lassen, ne? Was passiert dann eigentlich? Oh Gott, das muss ich eigentlich mal herausfinden. Äh, wir müssen mal ganz kurz speichern. Greift der uns an? Konnten wir mit dem sprechen? Ne, konnten wir nicht, ne? Wir schauen mal, wir haben ja gespeichert. Hm. Aha. Ihr habt eine bessere Behandlung verdient. Ich öffne euren Käfig. Warum nicht? Hm. Hm. Oh, okay, okay, okay. Hm. Das war ja so. Ja. 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 Ich hab das Gefühl. Ähm. Ja, egal. Wir gehen jetzt mal hier rein. Einmal da vorne. Bitte rein. Aber auch verschlossen. Aber auch verschlossen. Da kann ich das auch machen. Ähm. Schlossknacken, bitte. Eine Fünfzehn. Eine Fünfzehn. Ah, sollten wir nicht hinfügen. Wir haben mindestens eine Zwölf, eine Dreizehn hier schon, also. Sollte eigentlich kein Problem sein. So, dann lass uns mal hier reingehen. Ähm. Ende der offenen Hand. Davon haben wir doch irgendwas gelesen, glaube ich. Gerade eben. Warte mal, gibt's hier auch noch einen Vordereingang? Aha. Hier gibt's auch noch einen Vordereingang. Verstehe. Dann könnten wir eventuell... Äh. Äh. Entschuldigung, bitte. Wer bist du denn? Kleiner fliegender Elefant? Dumbo? Quasi? Lol. Der sieht ja lustig aus. Den werden wir's gleich mal genauer angucken. Aber dann können wir doch eigentlich... Ja. Vorne reingehen, oder? Ja komm, wir gehen mal ganz... Wir gehen mal hier raus und gehen vorne rein. Und sagen wir erst mal, guten Tag. Ganz normal. Hm. Ja, den Zirkus können wir dann erst mal verlassen, würde ich sagen. Ich wollte mir allerdings mal noch was anschauen. Und zwar... Würde ich gerne mal wissen. Wir haben doch hier so Schminke bekommen, ne? Ähm. Ich würde... Die Schminke... Gerne... Kann man die irgendwie benutzen? Erzehren? Äh. 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 Hat sie die jetzt gegessen? Das macht ja gar keinen Sinn. Achso, oder man sieht das in dem Vorschau-Bildschirm nicht. Aber eigentlich sieht man alles in dem Vorschau-Bildschirm. Ach komm, die kann ich doch bestimmt irgendwie benutzen, die ich schminke. Äh. 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 Doch, es geht so. Äh. Ah. Cool. Halach. Gut siehst du aus. Würde ich sagen. Ähm. Wir müssen mal kurz hier diese ganzen Sachen kurz noch mal raussodieren. Kleiner... Hut. Wir haben hier noch diese lustige Axt. Und diese tote Ratte haben wir ja auch noch, ne? Ich weiß, was wir mit der machen können. Ach, wir haben so schöne schöne... So viele schöne Sachen gefunden. Heute des Schimmels. Ach, alles was da rein tut. Man schimmelt sofort. Ja, ich erinnere mich. Hm. Naja, wir schauen jetzt mal weiter, bevor wir hier wieder eine große Sammelaktion machen oder irgend sowas. Mh, haben wir hier raus, bitte. Mh. 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 Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Toll. Ich wollte eigentlich immer lieber zu einem Schmied. Oh, da kommt er. Bitte was? Nee, 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 nee. Oh, diese, die, die stiftet auch jetzt nur noch, oh nein, die stiftet auch noch Unruhe, jetzt indem sie sich in uns verwandelt und dann, oh Gott. Hier wurde von einer Doppelgängerin angegriffen, die mich nachgeahmt hat. Ist das so? Du hast ein paar schwelle Schwäge, die rumschlägt, schlägt, schlägt, schlägt die Leute, um die Hände zu den Händen. Ja. Ich erzähle dir jetzt, du wirst du schlägt, wenn ich dich fertig bin. Oh, komm mal. Überzeugen. Ja, wir überzeugen ihn. Heikunde. Nee, Heikunde, wir haben ja nichts mit Heikunde zu tun. Wir sind gut darin, ihn zu überzeugen. Hm, Schattenherz. Wir brauchen Hilfe. Ich will bei ihm Sachen verkaufen und kaufen. Er ist bestimmt ein mächtiger Schmied. Bitte. Gott sei Dank. Ich danke dir. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ach, come on. Ich wollte doch Sachen bei dir kaufen, verkaufen. Bitte. Handeln. Ich möchte handeln. Mö, 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 mö. Gut, bitte. Dann nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Wir kommen später nochmal auf ihn zurück. Auf jeden Fall kann er uns jetzt bestimmt nicht leiden. Okay, hier sind noch ein paar Bürger. Hier sind auch ein paar Bürger. Werden haben wir denn hier? Kennen wir die? Nee, Queer Nara. Entschuldigung, bitte. Du vielleicht? Okay. Gut zu wissen. Flüchtling. Zirkus-Packard. Das kennen wir schon. Hm. Wo war denn jetzt eigentlich der Eingegrunden irgendwo? Wir gehen mal hier. Ich glaube, das ist der Laden von ihm. So, was mit ihm? Hm. Okay. Ist das hier der Laden? Ah. Das will ich hoffen. Weil ich eventuell daran interessiert bin, mal das eine oder andere zu kaufen. Was hast du denn Schönes? Oh Gott. Den Namen kann ich nicht aussprechen. So, wie steht fest. Seid ihr es, die die Waffen des Schmieds verkauft? Ja. Das ist ich. Gut. Sehr gut. Ich würde gerne ein neues Angebot sehen. Oh, yay. Uh. Was ist denn hier für schicke Sachen am Start? Überlegenes Material. Du erleidest ein weniger Hiebschaden. Aha. Cool. Schwere Rüstung. Mittlere Rüstung. Das bringt uns nicht so viel weit. Oh, schwere Rüstung. Wir müssen auf jeden Fall Schattenherz irgendwann auf schwere Rüstung. Ähm. Glaube ich mal skillen. Schildschlag. Auch cool. Mittlere Rüstung. Mittlere Rüstung. Hm. Keep your distance, darling. Ja. Heimlichkeitswürfe. Plus drei ist halt auch schon ganz schön gut. Oh, ne Fellrüstung. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Was haben wir denn hier? Tanzende Brise. Ich habe ein Herz. Weniger Damage. Aber was ist das für ein Skill? Wirbelnder Angriff. Schlag nach allen Gegnern in der Nähe und führe für jeden von ihnen einen eigenen Angriffswurf aus. Uh. 6 bis 18. Ja. Stimmlich nice. Ziemlich fucking sehr nice eigentlich sogar. Macht zwar ein bisschen weniger Base-Schaden, aber... Ja. Ähm. Der Angriff ist ziemlich cool. Ähm. Dann kann man locker mal drei, vier, fünf Gegner angreifen. Je nachdem, wie viel jetzt um einen rumstehen. Uh, ich glaube ich will das Ding haben Klingt ziemlich cool Ja, ich meine wir haben ja eigentlich auch recht viel Geld noch und so Hm, ja, ich glaube ich will die haben Meins 3, 2, 1, meins Rapier ne Pike Dieses Schild, was macht das denn eigentlich ist das eigentlich ne Einhand oder ne Zweihandwaffe Zweihand bestimmt, ne Zweihandig, ja, ok Ja, noch cooler wäre natürlich ne Einhandwaffe, ich würde gerne mal wieder nen Speer benutzen oder so, äh, nen Schild Was macht denn das Schild Wenn dich dein Gegner mit einem Lockdown trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen Sodass er liegend ist Uh Auch ziemlich nice Sehr selten Ah Knochen-Durnen-Kleidung Fleisch Was? Fleischscheiben Entschlossenheit Du hältst 15 temporäre Trefferpunkte Wann immer du einen Kampfrausch gerätst Uh Könnte auch ziemlich cool sein Oh, wollen wir die ihr kaufen Kostet auch wieder einen Haufen Geld, ne 15 temporäre Trefferpunkte Ist halt schon ziemlich cool Ja, ja, ja Rüstungsklasse 10 Ist halt nicht so gut Aber wie war das eigentlich nochmal mit den Barbaren Eigentlich ist es doch besser, wenn der Barbare Keine Rüstung trägt, oder nicht Ich hab mich das schon mal irgendwann gefragt Das müssen wir gleich nochmal ganz kurz checken Warte mal Verkaufen mal ganz kurz die Ware Das kannst du auch mal verkaufen Machen wir hier noch irgendwas verkaufen Ne, lass uns mal ganz kurz schauen Ja, wissen wir Ich will nochmal ganz kurz was gucken Klar, Lach Ähm Inventar und Ausrüstung Ne, Zauberbuch Ja, Serka Ne Allgemein Reaktion Ne Charakterbogen Ja, das ist uninteressant Wichtige Merkmale Ähm Wo finden wir das denn eventuell Ah, hier Dein Körper ist so zähl wie eine Rüstung Wenn du keine Rüstung trägst Flüge deiner Rüstungsklasse Deinen Konstitionsmodifikator hinzu Hm Ja Dann wäre die Rüstung eigentlich ziemlich cool, glaube ich Weil das war ja nur Kleidung Dann kaufen wir die, glaube ich Hi Or want a blade Or a bow Or a dagger Or maybe a spear Ja, 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 ja Ja, 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 ja Wir wollen handeln Ähm Wo ist deine Rüstung? Genau, das ist nur Kleidung Lass uns das mal kaufen Und dann verkaufen wir die einfach Die brauchen wir nicht Ich bringe die mal direkt an Oh Gott, die sieht ein bisschen strange aus Die versuchen wir nochmal einzufärben Aber egal Ähm So, ich habe an der Stelle mal einen kleinen Cut gesetzt Denn ich habe mal ein bisschen mein Inventar sortiert Und ein paar Sachen vorgenommen Äh, ich habe mal unser Unser Outfit Ein bisschen neu gestaltet Und eingefärbt Und zwar noch habe ich noch kein neues Outfit Und ich habe unser Ähm, Lager ein bisschen sortiert Und auch das Inventar Wow, jetzt verkaufen wir nochmal eben schnell Hier so ein paar Sachen Und dann Sind wir auch schon fertig damit Weggehen Ähm So, das Geld kommt da hin Äh, ich habe auch gleich die neuen Sachen ausgerüstet Und ja Da sollte das eigentlich passen So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter um Ähm, da kommen wir nur da hoch Hier kommen wir wieder Hier rum Und äh, zu dem einen Haus Wo wir schon waren, ne Okay, dann lasst uns doch erst mal Hier reingehen Wen haben wir denn hier noch so Okay Er muss sich über eine Post kümmern Oh, wie sieht der denn aus Hm Vermutlich Okay, okay, okay Dann lasst uns mal zu den fliegenden kleinen Nefanten noch gehen Oh Was, was, was Oh, Moment, Moment, Moment Was ist denn hier los Okay Ja, 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 ja Wir werden uns aber mit denen anlegen Und wir werden die alle umbringen So viel steht fest Weichern So, was haben wir denn hier Oh Zack Oh Oh Ermordeter Flüchtling Äh, Entschuldigung Was ist denn hier bitte los Wir wurden jede Menge Flüchtlinge umgebracht Hier ist irgendein Seil gespannt Ähm, ich glaube, wir müssen hier mal mit den Toten sprechen Aktivieren, was? Ähm, wer würdet ihr? Warum ist das Ziel zu weit entfernt? Ach komm, ich weiß, dass du das kannst Odin 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 Enttäuscht mich nicht So, warte mal Odin kann ja fliegen, ne Oh, geil Wie sieht das denn aus? Heilige Scheiße Das sieht ja krass aus Wo, wo, wo Äh, warte mal ganz kurz Da muss ich mal ein Screenshot von machen Gibt ja mega krass aus Äh, lass uns mal ein bisschen näher hier ran Ja, so Cool Äh, dann flieg doch mal hin Wir könnten schon tüpfen, ne Das war so klar Äh, mit den Toten sprechen Endlich können wir das mal einsetzen The corpse has nothing to say What? Ach, come on Das ist ja mal äußerst langweilig Okay, das sieht ungefähr genauso aus Bis auf das Da so ein Dings kommt Ähm, na gut Dann lass uns doch mal weiterschauen Beziehungsweise Was haben wir denn hier? Gold und den Topfdeckel Hm Mit irgendeinem von denen Werden wir hier schon reden können Da habe ich so das Gefühl Da warten wir jetzt auch In der Botschaft Ich denke, hab ich gar nicht gesehen Äh, können wir mal ganz kurz zurück Ganz sogar hip Ähm, boah, das kann man nur einmal per lange Rast Ach, come on Ich kann jetzt immer mit den Toten sprechen Ach ja, Quatsch, das ist jetzt nur auf der Seite Ach, top Hm Hat der was zu sagen? Okay Schade Runde in den Eimer Da kommen wir wieder hoch wahrscheinlich Äh, wir wollen nochmal fliegen Ähm, diesmal aber Da hinten ist so ein Ding Wir fliegen erstmal hier rüber Hallo Bitte Wolltest du so freundlich sein? Danke Du vielleicht Ach, come on Da will ich einmal hier sonst gerne setzen Und dir aber nix zu sagen Das ist doch ein bisschen lame Da ist ein Rucksack Also mein neuer Skillfliegen ist mal äußerst nützlich übrigens Ähm, Schattenherz Das ist was für dich Das auch Silberberkirch ist was für Karlach Okay Wen haben wir denn hier noch? So, wir speichern mal zwischendurch Ich habe das Gefühl, hier werden noch Dinge passieren So, ruhe aber bitte So Gebt's nicht auf Brief Na, das ist doch schon mal ein Anfang Mh, ihr steckt eure Migrantennase in Angelegenheiten, die euch nicht angehen Wenn ihr ein Gehirn im Kopf spazieren tragt Bleibt ihr mit den anderen Absolutisten abschauen in eurem widerwärtigen Lager Euer Mädchen hat diese Botschaft wohl nicht bekommen Ihr wollt gar nicht wissen, was mit ihr passiert ist Und jetzt verschwindet Das klingt aber Nach so ein bisschen Rassismus Und nach üblen Dingen, die hier vermutlich passiert sind So, möchtest du? Ja, ich auch nicht Gut, dann halt nicht Brot, ja Das geht an Karlach Und das nehme ich Die Frage ist, was wir hier haben Und Binde Und wo kommen wir da hin? Okay, speichern Astarion Ähm, wärst du so freundlich Wenn ich dich mal fragen könnte Immerhin zu hüpfen Ach komm schon, du kannst das Weiß es Okay, kannst du es nicht Kannst du Äh, auf die Winde schießen Ne, ist zu weit entfernt Ähm Dann könnten wir einen Schattenschritt machen Könnten wir Wollen wir Machen wir Wir können mal probieren Ob wir mit Odin Da drauf schießen können Dann brauchen wir das nicht machen Ja, ja Sieht ganz gut aus Die bewegt sich auf jeden Fall Und jetzt? Ups, jetzt habe ich einen Zauberplatz Das ist auf jeden Fall der Stein weg Ja, wir müssen wieder fliegen Wollen wir mal ganz kurz speichern Wir wollen hier nochmal reingucken Ob wir hinkommen Sonnenbeschiener Höheneingang Äh, und wo sind wir jetzt? Äh, okay Wir sind irgendwo hier Mhm Die Frage ist Wollen wir hier sein? Nö Ich glaube aktuell noch nicht Wir wollen uns erstmal die Stadt weiter angucken Geht mal wieder da runter Äh, und dann einmal fliegen bitte Und einmal da hin bitte Ähm, ja, dann haben wir erstmal wieder rein Ich bin auch mal rundi Carsten Werden wir gerade auf Den haben wir schon wieder nicht dabei So, einmal hoch da Na gut, dann Gehen wir erstmal hier rein Wer haben wir hier noch? Nur einen Flüchtling Flüchtling, Flüchtling Speichern, speichern, speichern Äh, wer haben wir hier? Kalista Okay Wir sind auch so Hände Tempel der offenen Hand So witzig Mhm Okay Was ist passiert? Ich Dann nicht Bitte sehr Ich wollte ihr nur helfen Bruder Bill Bruder Clemens Keinen wir ganz so Als müssten wir hier demnächst Einen Mord aufklären Ich habe gehört, dass euer Priester verstorben ist Mein Beileid Er ist vor das Tier Gibt es dafür Beweise Das klingt als wäre unser Gott stolz auf Vater Lorgan Danke Nett von euch Mit Astarion geht es auch immer Immer mehr bergab hier Der stimmt uns ständig nicht zu Charakterbogen Obwohl aber insgesamt Ist er uns wohlwollend Wie sieht es denn überhaupt so allgemein aus? Ach ne Hier ist doch Astarion Ich wollte gerade sagen So gut ist es noch nicht mittelmäßig Ja Okay Ist variabel Damit können wir leben Schattenherz Ist super Ja Kann auch Perfekt Gut Hier gibt es schöne Sachen Die man klauen könnte Was ist das hier eigentlich? Können wir uns hier heilen zufällig? Ich dachte Das wäre so ein heilendes Bad Oder so Okay Hier gibt es einige Bücher Die würde ich eigentlich gerne alle mitnehmen Und in meine Sammlung tun So Zur Dumbo gehen wir gleich So Wen haben wir denn hier Schönes? Der sieht ziemlich cool aus You're wrong about Father Logan Kill Look Investigator Brillgore might have been a criminal But he was no murderer You're missing something You have to be Enough Yanis Listen to yourself You are defending a man Who ritually slaughtered Your high priest The evidence speaks for itself Brillgore killed Father Logan Then Be it out of shame Or profane duty Offed himself with the same blade Case closed Sister Yanis Hmm Es hat sich angehört Als hättet ihr eine ziemliche Meinungsverschiedenheit You could certainly say that Two people just died on temple grounds A high priest Father Logan And one of the new refugees Brillgore Investigator Valeria thinks it's a murder And is content to blame Brillgore The politically convenient target Aber er ist rauchtot Hm Wenn ihr meint Die Ermittlerin Hätte keine gute Arbeit geleistet Dann kann ich den Mord Gerne für euch untersuchen Ja das ist klar Äh Wonach sollte ich Ausschau halten Mord und Selbstmord Warum sollte der den umbringen Und sich dann selbst umbringen Hm Okay Wo finde ich die Mittlerin Okay Na selbstverständlich Werden wir diesen Fall lösen Okay Wir können es lesen Können wir Aber Wo 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 Ganz ruhig Was haben wir denn hier Gebetsblatt Hm Hm Eine Tafel Das steht da Das kennen wir schon Gut Wir könnten uns jetzt hier Um diesen ganzen Mord kümmern Aber wir gehen erstmal raus Ich will glaube ich erstmal Den Rest der Stadt erkunden Wir machen mal heute So eine kleine Erkundungsfolge Und dann kümmern wir uns hier Um die ganzen Quests Da unten ist ja auch schon Irgendwas vorgefallen Vielleicht gehört das zusammen Oh Ostschild Schwertküstenkuriere Oh die haben wie Hündchen Cool Aus denn Junge Wütende Moira Irgendwas Lassen Sie es mir hier reingehen Was kann man denn hier machen Plakat zu König Ortas Willkommen zu Sword Coast Couriers Wir senden und zu serve Delivery nicht garantiert Ähm Okay Ich muss euch etwas Bedürfliches mitzahlen Ihr habt die Leiche eines Was ich habe Die Leiche eines Eurer Kuriere gefunden Ah Heutzutage trifft man selten Jemand der so fröhlich ist Weshalb seid ihr so gut gelaunt Ich bin so gut und gut Nichts? Hm Verstehe 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 Ja Ja Es kann trifft es Mh-hm Seid ehrlich mit mir Was geht hier wirklich vor Oh Oh Well One of the missing letters Is my own Correspondence A personal matter Nothing serious Ist klar But you can understand If people think I can't even deliver my own letters I'd be finished Vorab Wisst ihr wo die Vögel verspunden sind Jaja das haben wir schon verstanden Wollen wir im Voraus bezahlt werden Ist mir eigentlich relativ egal Oder Ist mir egal Wollt ihr dass ich die Briefe finde You do that Well if it's not too much bother I Yes I'd appreciate the help Bring me the letter Unopened of course And I'll happily compensate you for your choice Ah Verflucht Don't suppose you've stumbled across those letters yet Ich habe einen anderen Brief gefunden Da war der Beleicher eures Angestellten Garnwick That's a real shame For a courier I was Stumped aber I'll replace him Most want to get into the city these days Not leave it We've had to cut our courier services completely Mhm Okay noch nicht heute weiter ausschauen Heißt wir hätten die Vorabbezahlung annehmen sollen Dann hätten wir nämlich in die Briefe gucken können Und trotzdem das Geld kassiert Naja dumm gelaufen Plakat zur Krönung Gottes Was ist dieses Abfertigungsbuch? Hm Entschuldigung schreiben Berichterfront Komponentenbeutel Okay Eine Zeitung Bürger zuerst Gortas zu Flüchtlingsgelichter Gleichstandards Und die Gemeine Ratte Ratschläge bei Belahrung Tiefwasser erwartet bei Hilfslieferung in Bürgertie Stahlwache hält Verbrechen weiterhin im Stahlgriff Razzien bei kriminellen Banden Destabilisieren Unterwelt Erste Gala feiert Rekrutierung Saison Absolut Unwillkommen Stadt zeigt Kultigkeit Schulter Okay cool Wie cool wäre es wenn hier noch so kleine Artikel stehen würden Schade Also noch ein bisschen Text dazu Okay Okay So was haben wir hier Knabis Leben Ah hier sind die ganzen Brieftauben am Start oder was? Machen wir zu hier ganz kurz Hallo Äh Lass uns das mal ganz kurz lesen Die Tauben Die den Kurieren der Stadt dienen Haben viel mehr Ansehen verdient Nehmen wir zum Beispiel Schnabi Eine Zaube Zehn Jahre alt Ur 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 Großvater und edler Verrichter seiner gewaltigen Pflichten Es gibt wohl kaum einen Baldurier Der diese edle Taubelung mit orangenfarbenem Schnabel und kohlefarbenen Flügel noch nie durch unsere schöne Stadt hat zwischen sehen Schnabi hat herzögliche Erlässe transportiert Hochzeitsankündigungen, Hilferufe und mehr Ohne dass eine gurrende Schnabel je eine Beschwerde entwichen wäre Wer unter uns kann von sich behaupten Ein solch edlen Beruf Dienstbeflissende auszuüben Okay Mal lesen Diese Übersicht über Kurierhunde ist gewillt vom getrockneten Speichel und voller Hundehaare Er ist gewillt von Vom Bingo Keine Flöte, aber jede Menge Klumpen im Fell Verfilztes Fell Mundgeruch Bellt immer noch laut Braber Hund Oh Kratzer Immer noch verschwunden Vermisse dich, Kleiner Oh Okay Ich verstehe Huch Das war nicht Ich wollte das nicht stehlen Einfach sehen Naja, wir gehen mal hier hoch Oh, hier sind die Tauben Haben wir doch mit Tierenreden aktiv, ja, oder? Oh, ist ja okay Äh, Leutnant Odin Meldet sich zu Dienst Alles klar Natürlich Äh Ich habe gehört, dass einige eurer, äh, Offiziere verschollen sind Was ist mit ihnen passiert? Oh, verdammt, verrückte Geschäft Äh, den darf man schälen Okay Okay Alles klar Was haben wir hier noch so? Ein bisschen weh unter der Wing für unsere Unit Der Kommandant wird schnell dich ausreiten Gut zu wissen Ich habe keine Neuheit von einem Wing, Mann Kommandant Okay Ihr habt keinen Bock mit uns zu reden Was haben wir denn hier noch? Kann ich die einfach so mitnehmen? Okay Verstehe Moment, wir speichern mal ganz kurz Ich kann diese Briefe einfach hier mitnehmen Lass mal lesen An den ehrenwerten Fürst Haverford Gist Euer Ruf als wohltätiger Adliger ist weit über die Mauern von Baldustor bekannt Eben jene Mauern, welche meine Familie vor dem Zorn der Absoluten beschützen würden Könnten wir doch nur Einlass erhalten Doch die flammende Faust am südlichen Teil der Wimbrücke Weigert sich standhaft uns passieren zu lassen Ich fliehe euch an Euren Einfluss gelten zu machen Und ihnen aufzutragen Uns einzulassen Unser ewiger Dank wäre euch sicher Und solltet ihr die Dienste eines erfahrenen Schreibers benötigen Wäre ich gewillt für ein rein nominates Gehalt Für euch zu arbeiten Ja Okay Seid gegrüßt Ich bin ein erfahrener Schmiedehelfer Und sitze momentan in Rivikenfest Gehe aber davon aus, dass ich bald Einlass in die Stadt erhalte Wir nehmen das mal alles mit Vielleicht können wir das irgendwie austragen So Now des Antragstellers einfügen Die flammende Faust muss euch leider mithalten Dass euer Antrag auf Einlass Obwohl es da abgelehnt wurde Zutreffende ankreuzen Abgelehnter Auftragsteller Nehmen wir auch mal mit Liebe Lilly Papsi und ich könnten unser Glück kaum fassen Dass wir dich als Schülerin am Internat Provost unterbringen konnten Bevor die Stadttore wegen dieser Flüchtlingskrise versiegelt wurden Es hat uns zwar zwei Arme und ein Bein gekostet Doch wenn es dafür sorgt Dass du in den Mauern der Stadt bleibst Bis die Gefahr vorüber ist Ist uns das jeden Preis wert Mach dir um deine Eltern keine Sorgen Wir sind in Riviken recht sicher Solange die Stahlwache uns beschützt Und was auch geschieht Was du auch hörst Komm bloß nicht auf den Gedanken Die Stadt zu verlassen Zu wissen dass du in der Akademie In Sicherheit bist Hält uns jeden Tag am Leben Und wir werden das durchstehen Das weißt du Helben segne und beschütze dich Lilly Mamsi Nehmen wir auch mal mit Vielleicht können wir das hier irgendwie mal austragen So jetzt bin ich gespannt Was hier mit Kratzer abgeht Wir wollen nicht da raus Wir wollen hier raus Wir werden mal ganz kurz mit ihm reden Vielleicht können wir die irgendwie austragen Okay Ne können wir nicht Oh warte Ich gebe mal ein Handeln Was hat er denn schön Persönliche Nachricht So das ist die Die wir ihm gegeben haben Na gut Er hat gar nichts Ist klar So wir speichern mal Die Frage ist Wollen wir Kratzer zurückgeben Oder nicht Was passiert dann Was bringt uns das Was Sitz bleibt Wie bitte Ich möchte einen Hund kaufen Ist das einer Eurer Hunde Sie ist aber echt streng Ganz ruhig Sieht auch nicht so begeistert aus Er lebt bei mir Ihr könnt ihn nicht einfach mitnehmen I can do whatever I please He is my dog Now get out This is a private yard Ja Wir machen das Eine 18 Dann müssen wir uns aber Und jetzt zurücklegen Nice Nice Was haben wir Ich merke es schon Was ist bloß mit ihr falsch Täuschen Ich habe gehört Wie sehr Fürs Gurtas Tierkühlerei Verabscheut Vielleicht sollte ich Bemelden Ja Das wird zwar Bessere Wirkung verschaffen Aber Wir schüchtern sie ein Boah Alter Müssen wir jetzt aber richtig reinkloppen Haben wir ein Glück ey Unglaublich Oh cool Äh Kratzer Wo willst du hin Warum nimmt sie jetzt Kratzer mit Ganz durch Ganz ruhig Äh Nein Was ist hier los Hä Warum hat sie jetzt Kratzer mitgenommen Jetzt bin ich aber maximal editiert Sehr gut Sehr gut Ich wollte eigentlich nur mal mit mir sprechen Aber ich verstehe immer noch nicht warum sie den hund mitgenommen hat Warte mal kurze rasten Ich habe den hund jetzt wieder beschwören Ich habe den hund jetzt wieder beschwören Okay Ich würde gerne mit Kratzer reden Ich hoffe wir behalten jetzt Kratzer Aber eigentlich haben wir ja dafür gesorgt Dass wir sie behalten Ich verstehe noch nicht warum der mit dir mitgegangen ist Keine Ahnung Kann ich mit diesen hunden irgendwie reden Irgendwie nicht Naja Dann gehen wir erstmal wieder raus Äh Warte mal Was war das da eben Achso Das ist nur dieses Plakat Okay Ist das etwa Äh Baldes Tor Äh Okay Automatisches Speichern Interessant Lass uns erstmal kurz hier lang gehen Hier kommen wir glaube ich zu der Höhle Ne Ja okay Alles klar Ich verstehe Oh Verstehe 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 Wirkos Plakat Lass uns mal hier hoch gehen Ganz kurz Rotes Huhn Ich sag Was ist hier passiert Weiß man nicht Da kann ich das Huhn looten Okay Erinnerung eines naiven idioten Oh Na gut Wir gehen erstmal wieder hier runter Ich will nochmal hier zu dem Tor gehen Ähm Die Briefe haben wir ja schon alle gelesen Die Briefe haben wir ja schon alle gelesen Wir können immer hier reinschauen Dieses fleckige Buch berichtet von einer langen und beschwerlichen Reise Ich bin wegen einer Götter Ich bin wegen einer Götter verbruchten Versprechens bis nach Baldurs Tor gewandert Sie werden euch mit offenen Armen empfangen Haben meine Väter angesagt Im Tor hat jeder ein Zuhause 17 Tage bin ich marschiert 17 Tage mit ihren heulenden Gören und ihrem Pissgestank 17 Tage Wolfsgejaule An jämmerlichen Feuern sitzen Und trotzdem stinkt es noch so Natürlich haben sie uns nicht in die Stadt gelassen als wir angekommen sind Haben uns in ein Lager voller Heususen und Waschlappen gepfercht Ich habe genug von ihnen, von ihrem Gejammer, von der ungeheuren Frechheit ihrer Anwesenheit Wenn ich schon außerhalb der Stadt darben muss Dann richte ich mich in einem Hühnerstall ein Richte jedenfalls fässer als diese zugeschissenen Weicheier Die angeblich meine Vettern sind Okay So, dann schauen wir mal was hier vor sich geht Das ist bald das Tor, oder? Okay, ihr dürft nicht rein Die darf wahrscheinlich auch nicht rein Okay Aus der Gut, dann gehen wir mal schauen was hier passiert Speichern Ich bin kein Flüchtling Well, do you have the means to support yourself? Ja? Right Article 30.1.5 Of the Council's Decree on extraordinary wartime measures I am confiscating that What? The city thanks you for your contribution Your name Ähm Ich heiße Odin Die verarscht mich, oder? Mhm Mhm Weichen State your business Hm Die Verspräch. Was geht euch mein Anliegen an? Ich mache die Frage hier. Jetzt. Dein Geschäft. Gut, dann sage ich einfach beides. Du hast meine Stadt, meine Heimat. Äh. Okay. Was passiert jetzt? Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzz it, like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever alert, sprying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge and the stone floors left blind. Mmh. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the absolute. Come quietly. Or die. Ach, du heilige Mutter Gottes. Hm. Was machen wir jetzt? Ich will nicht verhaftet werden. Das klingt alles gar nicht gut. Wir schauen erst mal ganz kurz. Also ich werde vermutlich laden, aber... Ja, perfekt, wir haben alles verloren. Okay. Nope. Dann bin ich raus. Na gut. Ähm, wir gehen nochmal ganz kurz hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Egal. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal nächste Folge hier weiter an. Schwertkistenkariere. Wir winken. Wo? Ich würde gerne mal wissen, wo das mit dem... Mit dem Brück? Ich glaube, da war das, ähm... Mit dem... Mit dieser Diebesgate, oder? Na, wir müssen mal gucken. Egal. Schauen wir in der nächsten Folge. Also, ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Vergesst auch ein Abo und die Glocke nicht. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Und hoffe, wir sehen uns der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.